Wie ist es denn eigentlich mit dem eigenen Ehemann so ein Stück zu performen? Eigentlich sehr lustig. Jeder kennt seine Ehefrau, jeder weiß, was er dann wirklich, also das ist schrecklich. Also es ist auch jedes Mal anders, ob wir gerade gestritten haben oder nicht, also da spielt alles mit rein. Mein Gott, ich kenne sie jetzt auch schon.